Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das hängt zu tief. Das ist bestimmt für Tischtennis. So wie jetzt hier. Das ist auch schön. Oh nein. Rico. Was ist das überhaupt? Da hat er sich gedreht. Uh, uh, uh. Nochmal. Nein. Da ist der Kumpel. Da ist der Kumpel. Da ist der Kumpel. Da ist der Kumpel. Minute. Äh, äh, ach scheiße das hier siebste, einsiebste. Zwar ein Schraus. Was ist das? Was ist das, wenn er reingeht? Hochmann. Heißt das? So gut. Da passt das Hemd gar nicht rum. Es sieht aus wie Röckchen. Aufside. Wieder rum, wieder rum, wieder rum. Der Klingler. Komm. Das klingt fast wieder. Ball hoch. Bei Borea ist der Blonde da hinten rein. Der Kleiner. Ne, der Blonde ist er nicht, aber der Kleiner da hinten. Ach, geh, geh, geh. Huch. Gute Messier. Wiss, 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 wiss. Ja, raus. Mach ich mit Absicht. Ja, 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 ja. Hier das die neunze, die reingegangen ist. Ne, geh mal nicht drauf. Aufdrehen, Alter, Halli, ich trete dich schön! Geh mir Absatz, gib Absatz! Absatz, geh mir! Komm, 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 komm! Halli, ruhiger, wenn du dich auf den Aspekt selbst reinhimmst, bist du alleine da. Aus, aus, aus! Unds Coach. Harte! Auf jeden Fall, treffe ich mir mit seinem iPhone rum. Warte mal! Du, du! Mach, rück! Mach! Geh, geh, geh! Geh! Was ist das? Geh nach, nach! Lager auf dem Parkplatz, oder? Rennen! Weiter gehen! Schieb drauf! Nächster! Nächster, komm, heil! Jetzt eigentlich Liddy in Blackberry. Ich finde es jetzt so groß. Geh mal rüber! Ey, wer bist denn du? Jetzt sag doch mal! Und so ein verstörter Blick. Du, 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 du! Ui! Ui! Eieieie! Ach, schön! Auf, Mann! Uuuuh! Uuuuh! Schickes Ding! Oh jetzt! Komper! Oh ne, da war der Komper weg! Jawoll! Ja, war der Kind! Den hat er! Nein, nein, nein! Ja, das war der Kind! Ja, der ist doch der Reis aus Staatssache! Ja, das ist doch der Reis aus Staatssache! He! Pfff! Pfff! Zupacken! Zupacken! Boah, schön! Boah, schön! Schade, doch nicht so schön! Boah, ey, ey, schön fliegen lassen! Pfff! Alter, so leicht, der fliegt schnell! Wir haben gewonnen, ne? Noch mal als Tür 3 gegen Banne! Ich verteidig ein! Komm rein! Komm rein! Komm rein! Pff! Aber das war das Spiel, mit denen wir genommen und dann mit! Mit den 100.000 Gegendronn abgestiegen sind! Gut! Nicht drehen lang! Nicht drehen lang! Nicht drehen lang! Ja! Hey, hey, hey! Unterweil Krügi! Nicht helfen! Helfen! Komm! 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 Uh! Komm! Ein Mal! Das ist geil! Unglaublich! Das tut das so! Ja! Mit dem Tumor! Was ist das? Ja! Ein und die Kugel! Diebe! Nochmal! 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 Ja! Pff! Eins weg! 1, Markus! 1, Markus! 1, Markus! 1, Markus! 1,5, Hörner! So, ich war's noch abzahlen jetzt. So, 15 Minuten noch. Was ist das für ein Oberliga-Spiel? Das ist ja erst das Werte. Also, ich spiele das Oberliga mit. Hey, Timo, stellen Sie weiter auseinander, alle! Nein! Nicht weg, ich bin nicht! Schau mal! Lass mich da runter, gut! Lass mich runter, gut! Lass mich runter, gut! Nice! Da hätten wir's auch lassen können, oder? Ja! Ich hab jetzt kurz abgestoßen und es direkt zur Stühre zurück geht. Ich hab noch ein Loch für ihn in den Zahlen vorbei, dann. Ja, das ist ja schön aussehen, dass du... Oh! 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 So! Nächstes Tor! Alle! 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 Ich will nehmen die Mauer. Ich hab's jetzt da, Jungs, komm! Ich glaub, der Mappt gleich nicht sein Gegenspieler oder nicht? 3er! 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 Ich denke mal, es gibt keine Nachspielzeile! Ich hab immer alles wieder gefeiert! Ich hab in der Studie mit etwas über die Jugend interview geklärt. Wenn die Kinder entfernen, dann hab ich alle Platz. Kiff hin! Kiff hin! Kiff hin! Kiff hin! Kiff hin! Der Obitz kann mit ein bisschen Glück für Strukturen spielen sein. Wenn der Wind richtig stehlt. Was ist denn der Wecker eigentlich, der kommt noch? Das ist auf dem Hauptplatz, das Gletter. Der Ecker spielt schon woanders. Er spielt wo alles nach. Das ist der Bruder in der Kabine und darf nicht raus. Was macht denn hier los, du Oberst? Was hast du, ey? Das geht ab. Noch mal. Geht das? Noch mal. Noch mal. Jetzt hin. Oh, das tat weh. Jetzt durch, jetzt durch. Jetzt. Jetzt. Heiner, Heiner. Beste Freige. Warte, 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 warte. Geh vorbei, lass. Geh vorbei, lass. Geh, sag hier. Hier, schau, schau. Hauschau, den. Hauschau, Ju. Hauschau, Ding. Hauschau, Kopf. Tja. Lass uns mal die Affe ein bisschen spielen hier. Hängt man drei Mann vom Feld? Oder spielt man nur mit links alle? Der Opitz ist raus, ne? Da kommt jetzt rein. Da gibt es raus, ne? Das ist so ein Niki vom Leib gerissen. Das ist ein Niki. Schuhe, lecker Flach. Paul ist auf jeden Fall wieder auf dem Feld, Heiner. Was? Keine Ahnung. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Weiter, Heiner. Wohin, Wohin. Ja, wird noch raus. Also, Paul wird wieder... Hehehe. Du bist ja rausschiebend. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Oh, jetzt. So kalt. Ich muss sagen, die halten seit der Steine-Klangzeit ist 7-0. Was? 7? Vergeisterung für die Bede. Die Verreißung. Ich kann beim Zusammenschein nochmal gucken. Ich könnte schwören, dass er schon 18 ist. Ich könnte schwören. Die zwei Neubord-Tore nehmen wir einfach raus. Ich gucke die weg, genau. So eine Fatima-Ogana. Da war noch jemand dazwischen. Neubord schießt die Tore, so was kannst du am 1. April schreiben. So eine Fatima-Ogana. Abseln! Abseln! Schade. 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 Nein, dann guck mal, es gibt genug Plätze dort, oder? Kroatische Wettstufe. Hast du den falschen Kuraten vorhanden? Ach sch... Ach so... Schatz, dein Auto ist übrigens weg. Nein, dann frag halt mal, ob noch irgendwo Platz ist. Ich kann dir jetzt auch nicht helfen. 100% Tipp heute eigentlich so gewinnen. Nein, ich sag Bescheid, tschüss. Ja, ich weiß nicht, dass ich eine Züge scharf gemacht habe. Ja. Auf, auf! 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 Mach was! Jetzt bekommst du den Schlüssel gegen dich nie wieder. Verdammt. Na schon mal mal für jedes Tor im Bier. Nochmal für jedes Tor im Bier. Nochmal für jedes Tor im Bier. Mach mal für jedes Tor im Bier. Nämlich... In der Hand! Jetzt, Tobi, jetzt! Der kommt, der kommt! Ich habe den ersten Abgang von unserer Pause. Das ist so blöd. Sascha beim Eingel. Nein! Ach, nö. Das stellst du nicht online. Doch, bei dir auf der Facebook-Seite. Die MP3 gibt es extra als Download. Kannst du einschieben zum Tod des Ronalds. Ich bin noch nicht die DNN. Ich bin noch nicht die DNN. Oder für ausgewählte Abgänge. Das hätten eure Fans sein können. Das gibt es noch für die Gold-Mitglieder. Das sind die Zukunft eure Fans. Überfreut dich. Gibt es einfach den Krippel-Kuchen-Kal für seine Zusammenfassungssammlung. Ich bin noch nicht verleckert, der hat den Stehen. Ich bin noch nicht verleckert. 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 Haltofen, Decker, Baum. Ja gut, Alex, sehr gut! Und da zum Kreizen. Haltverdammt! Der muss einfach mal weg, weißt du? Der hat schon lange Feuerswerda in die Bezirksklasse gerumpelt. Toni, komm, komm Toni! Der hat euch aber auch in die Statiker auch rumpelt. Ja eben, das ist unser Klotz am Team, verstehst du? Unsere Pechmarie sozusagen. An dem Markt? An wem Markt? Mach ich Feuerswerda kaputt an den Sportklicken. Das hat er sich hier gewohnt zu machen. Komm, Laisitzverdammt! Damals hießen sie noch FFV, ne? Raus! 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 Sie sind wieder abgestiegen. Echt? Woh? Wohin? Na, ich glaube, die sind aus dem Süßklass abgestiegen. Nee, die haben wir zwar nicht aus dem Süßklass gespielt. Wir hatten doch schon zwei Liegen-Trumpa angemerkt. Nee, die haben wir aus dem Süßklass gespielt. Nee, die haben wir aus dem Süßklass gespielt. Raus! 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 Na los! Nee, ihr kommt mit dem Koffer abketschen, Freunde. Noch zwei Minuten. Dann lauern wir euch auf dem Backplatz ab. Auch einer der Kölnerin, sie droht kein Schimmeln. Das ist der Bruch zum Beispiel im Fenster heute. Wir sind vor der Saison. Hoch gehen, Achtermann! Hoch gehen! Das geht hoch! Komm hier hin! Da ist D yoker! Ha SA 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 GOLT! Na, gerade einordentliches Bock. RAS! Raus! 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 RAS! Baaaaa! Das ist gut, wie die Bälle ankommen. Die Weiten. Ja, ja. Noch mal, noch mal. Rauschen, rauschen. Nach, nach, nach. Nächster, nächster. Wie sie sicher sind. Unter, rein, rein. Das ist mal. Nachspiel hoch gewinnen. Wie er feiert. Das ist lächerlich. Lächerlich ist das. Wir spielen euch den lächerlichsten Feiern als Besten. Wir spielen immer weiter irgendwo so Flieger, wer auch immer. Nächster Fein sind hier. Entschuldigung, dort tut man so, als wären sie irgendwie Leistungssport. Und was tun wir, als wären wir was? Wir tun Traditionsverein, ne? Wir tun Stadion und wir tun Fans. Und der Rest ist der Treibungsleitung. Papa, super. Komm, abfeifen. Ich wollte nicht verstehen. Also... Ja, damit uns eine Weitsprunganlage hinbekommen. Ja, aber da stehen wir noch... Aber hallo! Ich stelle eigentlich nach diesem kleinen Stein. Die besoffen Idioten. Fakt ist, die rechnen damit, dass das Ding irgendwann in sich zusammenfällt. Und gerade haben sie Feitermittel ein bisschen abzureichen. Na, jetzt Pfeif halt ab. Das ist klar, machen wir nicht. Und... Ja, sicher. Läuft im Zusammenhang zwischen Schafraumsamt und Sportstadt Peter Witzkrieg. Da wisst ihr alles. Die haben sich wahrscheinlich in der Suche irgendwas ausgedacht. Und den Blödi vom Lehmann dort erzählt, weil das Spielfeld ist zu klein. Also... Der Mann, der sich besoffen mit dem Lehmann am... Am Skatisch. Am Skatisch. Naja... Wuuu! Yay! Abschluss! Sagst du... Nein! Wie lange ist denn noch? Minus eine Minute. Schiri, es los! Schiri, wir wollen nach Hause! Ab schluss! Ja, wir müssen überhaupt nach Hause. Wir suchen unter Stücke. Geh! 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 Dafür, nur dafür bin ich hier für eine Reaktion. Die kommen in der letzten Sekunde. Mann, Mann, Mann.